Alter, ich hab das sowas von verlernt, die ich spiele. Und mit einem Sound, making the sound forget, ich bin zu. Und mit einem Sound, making the sound forget, making the sound forget, making the sound forget. Was? Alter! Was bin ich denn für ein Bock, ey? Gibt's doch gar nicht! Schon wieder nicht! So, jetzt kommt mal eine Lieblingsmucke! Jetzt gibt's richtig Fresse! Wieso gibt er mir den Offroad-Wahnsinn denn nicht? So ein Arsch, das ist richtig! Jetzt wird's richtig! Du überholst mich nicht! Na? Ich hab dich auf deinen Hintergang gefasst! Jawoll! Das war jetzt scheiße! Hahaha! Hier kommt! Hilfe! Ich muss aufpassen, dass hier jetzt eine Flasche in den kommt! Ich wegmet's jetzt! Okay, aber wir haben wenigstens gewonnen. Das ist natürlich die Hauptsache. Ähm. Grillfest. Keine Kollision. Oh, na gut, dann machen wir das mal. Tun wir uns das mal an. Ach, die Strecke ohne Kollision. Naja. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Gucken wir mal. So, da ist mein... Ach so, ach man. Der Heft so schön wegschnetzelt. Ach man, aber... Hat leider nicht geklappt. Das ist aber auch mal ganz schön, wenn es ein bisschen viel Tischer zugeht. Das ist mein so, ach man. Ja? Denk nicht. Das ist ohne. Der Heft so gut ist. Da ist mein... Der Heft so gut ist. Ach so. Oh. 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 Ich bin der Heft. Ich bin der Heft. Jetzt habe ich einen Touchdown bekommen. Haha! Oh lol, er hat's überlebt! Er hat's nicht überlebt! LOL! Fick dich! Ha 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 ha! Du kleine... Ah man, ich steck da nicht dran! Fick dich! Ich werde gewinnen! Niemand anders! Na, da bist du mal ein bisschen zu hoch gesprungen! Fick dich! Ey! Junge! Ich sag, ich pick euch jetzt alle weg! Ja, geht ja leider nicht! Das ist ja keine Kondition! So, jetzt stürmen die eh alle! Ach, du stürmst gar nicht! Ah ha ha ha! Bob! Da ist er! Da ist der, der zur Zeit führt! Jetzt gibt's richtig! Ja, ich bin erster! Jetzt behalte ich meinen ersten Platz! Ich sag euch! Ich werde alles davon tun! So, komm! Den müssen wir sicher nach Hause bringen! Jawoll! Jetzt kann er uns nicht mehr... Oh! Fast hätte uns... ...hätte uns der Baum dran gehindert! Baum! Nein! Ja! Ja! Aber etwa! Kannst Du das auch hin? Da haben wir auch schon geschafft! Ja! Das eine Rennen machen wir noch und da mache ich auch mal eine Aufnahmepause. Dann haben wir ja schon wieder einiges geschafft. Das ist auch nett. Im Moment wiederholen sich aber die Strecken gewaltig. Na, bereit zu sterben. Loll. Ist da doch kein Monifaktor. Das ist ja auch kein Monifaktor. Das ist ja... Zweiter, okay. Minus 40. Fick dich. Loll, wieso stirbt die denn? Diese dumme Kuh, ey. So, jetzt geht es. Komm mal, wir vorbei und sterben. Jawohl. Hui.